Ich bin ein kleiner Hund und weißt du was? Ich bin gesund, weil ich schon ein paar Tage eine feuchte Nase habe. Ich hab auch einen Schwanz und der sitzt ganz genau da, wo er meiner Meinung nach und außerdem auch hingehört. Leider ist mein Hund wie ich trotz allem unverbesserlich, das ist es, was mich an der ganzen Sache stört. Bam, 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 wozu sind deine Hunde eigentlich da? Ich sitz den ganzen Tag auf meinem Stuhl und denke, ach, das kann doch wirklich nicht der Sinn der Sache sein. Bam, 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 wozu sind deine Hunde eigentlich da? Ach, manchmal, da wünschte ich doch sehr, dass ich ein bedeutender Hund wäre und fräse nicht bloß meinen Napf leer. Ach, hätte ich doch wenigstens ein Motorrad, jetzt spiel ich bloß im Hinterhof und alle halten mich für duft. Ach, wenn das doch, ach, wenn das doch nicht wahr wäre. Ich popse auf und nieder und ich hoffe hin und wieder, dass auf einmal wird irgendwas passieren. Aber leider ist ein Hund wie ich trotz allem unverbesserlich, das ist es, was mich an der ganzen Sache stört. Bam, 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 wozu sind deine Hunde eigentlich da? Ich sitz den ganzen Tag auf meinem Stuhl und denke, ach, das kann doch wirklich nicht der Sinn der Sache sein. Bam, 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 wozu sind deine Hunde eigentlich da? Bam, bam, badalilam, bam, ach, manchmal, da wünschte ich doch sehr, dass ich ein bedeutender Hund wäre und fräse nicht bloß meinen Napf leer. Ach, hätte ich doch wenigstens ein Motorrad, ich glaube doch, ich dachte nur, ich meine bloß, was wollte ich noch? Da war doch was, ach, wenn das doch nichts war mehr. Ich sitz den ganzen Tag auf meinem Stuhl und denke, ach, das kann doch wirklich nicht der Sinn der Sache sein. Bye! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018